Tagesordnungspunkt 29. Das sind die Beschlussempfehlungen der Ausschüsse zu Petitionen. Das ist die Drucksache 208 aus 21. Wer stimmt diesen Beschlussempfehlungen zu? CDU, SPD, Bündnis 90 die Grünen, die Freien Demokraten, die AfD und die fraktionslosen Abgeordneten. Damit brauche ich nicht mehr nach Gegenstimmen und Enthaltungen zu fragen. Somit angenommen.